Bestrafung Advaitas in Klammer Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta 19 Also spielt Prabhu in Navadvipa doch keineswegs vor allen Menschen, nur in den Häusern der Bhaktas. Er zusammen mit Nityananda und Gadatada. Die großen Gottgeweihten sind alle voll Glück. Sie sehen nicht die Welt, sie sehen überall Krishna. Denn keiner hat überhaupt Bewusstsein der Außenwelt. Die Bhaktas tun Sankirtan und denken an nichts anderes. Und von allen der Trunkenste ist Advaita. Sein Wandel ist unerforschlich. Niemand versteht es. Wenn Vishwambara Bewusstsein der Außenwelt hatte, in Klammer, im Bewusstsein war, ein Bhaktar zu sein, nicht der Herr, dann ehrte er mit großer Bhakti alle Vaischnavas als die hervorragenden Bhaktas. Besonders Advaita war traurig darüber, verzweifelt im Herzen, voller innerer Unruhe. Immer wieder will er mich hinters Licht führen und gibt sein Herrsein auf und ergreift meine Füße. Ich vermag nichts gegen ihn. Er ist stärker als ich. Er ist mein Herr und das nützt er aus und nimmt den Staub von meinen Füßen. Doch ich will es ihm zeigen. Ich will ihm ein für allemal austreiben, dass er mich als den Guru, den höheren Bhaktar, den Herrn, behandelt. Ich muss verursachen, dass er in hellen Zorn gerät und mich mit seiner eigenen Hand schlägt und bestraft. Ich muss ihn dazu bringen, dass er klar offenbart, dass er Avatare wurde, um Erkenntnis zu vermitteln von dem, was Bhakti eigentlich ist. Also gibt es für mich nur einen Ausweg. Ich muss so tun, als ob ich die Bhakti geringschätze. Wenn ich Bhakti als gar gering hinstelle, dann wird er in Zorn sich als das, was er ist, offenbaren. Und er als mein Herr wird mich an den Haaren ziehen. Und in erwartungsvoller Spiellust verabschiedet er sich und geht mit Haridas nach Shantipura. Zu Hause angekommen, macht er sich sofort daran. Und er setzt sich hin und wie trunken liest und erklärt er das Yoga Vaischishtha Shastram, in Klammer, ein Werk, das die Ewigkeit der Gestalt Gottes und dementsprechend die Bhakti leugnet. Und er tut so, als ob Jhana das Höchste wäre. Bhakti ohne Jhana, das heißt, das Wissen vom gestaltlosen Brahman, ist ohne jede Kraft. Bhakti allein ist leblos. Jhana ist die ganze Shakti. Da gibt es Leute, die nicht wissen, was Jhana ist. Und sie sind wie die Leute, die den Schatz, der im Hause ist, aus dem Auge verlieren und im Walde nach ihm suchen. Bhakti ist wie ein Spiegel. Die Augen sind das Jhana. Was nützt der Spiegel, wenn man keine Augen hat? Das habe ich als den Sinn aller Shastras verstanden, auf den sie alle abzielen. Jhana, Jhana allein. Haridas, der das Wesen Advaitas gut kennt, fing grölend an zu lachen, als er Advaitas Erklärungen hörte. Doch ist das Wesen Advaitas schwer erkennbar. Und nur wer gute Anlagen hat, weiß, was Advaita wollte. Diejenigen mit schlechten Anlagen geraten in Missverständnisse und ruinieren sich. Wie Schwambara ist der Baum der Erfüllung aller Wünsche. Und er wusste wohl, was Advaita sich vorgenommen hatte. Eines Tages ging Prabhu in der Stadt spazieren und sah zusammen mit Nityananda die Welt an, die aus ihm stammt. Und Brahma pries sich glücklich, dass er sein Herr, sein Kunstwerk, so gnadenreich anschaute. So wie zwei Monde schreiten beide dahin und die Menschen sehen in ihnen das, was ihrem eigenen Charakter entspricht. Wie Schwambara sagt zu Nityananda, Komm, wir gehen nach Shantipura zum Hause Advaitas. Die beiden Brabus sind immer auf Spiele aus, übersprudeln von Ausgelassenheit und machen sich auf den Weg zu Advaitas Haus. Mitwegs kommen sie zum Orte Lalitapura an der Ganga. Dort wohnte in einem Haus ganz nahe am Fluss ein Mönch, der mit einer Frau zusammenlebte. Prabhu fragte den Nityananda, Wessen Haus ist das? Und Nityananda sagt bloß, Hier wohnt ein Sannyasi. Und er sagt, Komm, wir gehen hinein, vielleicht ist er da. Und lachend gehen beide hinein. Und Prabhu begrüßt den Sannyasi ehrfürchtig. In Klammer, er benimmt sich wie ein Haushälter, der einen Sannyasi ehrfürchtig zu begrüßen hat. Der Sannyasi sieht seine herrliche Gestalt, sein strahlendes Gesicht und sagt, Dir sei Reichtum, Ansehen, gute Ehe und Wissen zuteil. Prabhu sagt, O Goswami, das ist aber kein Segen. Sage lieber, lass die Zufriedenheit Krishnas mit dir sein. Denn ein Segen, das man Bhakti zu Krishna erlangen möge, das ist ein Segen, der etwas hervorruft, das unvergänglich ewig ist. Da lachte der Sannyasi und sagt, Heute geht es mir so wie schon früher. Wenn man den Leuten etwas Gutes sagt, dann behandeln sie einen trotzig. Dieser Brahmanen-Jüngling da macht es so. Statt zufrieden zu sein, statt sich zu freuen, dass ich ihm die Gabe von Reichtum usw. gebe und ihm etwas Gutes antue, werde ich getadelt. Und der Sannyasi fährt fort. Warum denkst du so gering von meinem Segen? Wer auf der Erde geboren wurde und keinen Luxus hat und keine schöne Frau bei sich, wer kein Geld hat, wozu ist er überhaupt hier auf der Erde? Das ist ja ganz unerhört, dass du dich schämst, meine Gabe von Reichtum usw. anzunehmen. Was willst du denn mit Vishnubhakti anfangen? Du hast einen Leib. Was willst du denn essen ohne Geld? Sag mir das. Da lachte Prabhu und schlägt sich mit der Hand auf die Stirn. In versteckter Weise belehrt er ja jeden, dass niemand außer Bhakti nach irgendetwas begehren möge. Und er sagt, Vernimm, o Sannyasi Goswami, ich sage dir, was du essen wirst. Nun ja, entsprechend dem Karma, den Folgen der eigenen früheren Taten, wird jedem ganz das Verdiente zuteil. Die Welt begehrt Reichtum und Nachkommenschaft. Doch sage, vergeht der Reichtum und die Familie etwa nicht? Niemand begehrt Fieber, doch das Fieber kommt und quält den Leib. Vernimm, Guter. Die Ursache dafür ist das Karma, und die Weisen wissen das. Die Veden sprechen von Svarga, der in Wahrheit vergänglichen Himmelswelt. Das ist das Erbarmen der Veden mit den Törichten. Die Menschen wollen das Wohl der Sinne. Die Veden kennen das Herz der Menschen und sprechen im Einklang damit. Das ist ja keineswegs ein Mangel in den Veden. Die Veden sagen, wenn du in der Ganga badest und den Namen Hari rufst, dann erhältst du Reichtum und Kinder. Das tun dann die Leute, denn die Veden sagen es. Und so baden die Menschen in der Ganga und die Kraft, die aus Ganga und Gottes Namen besteht, bewirkt, dass sie allmählich an die Bhakti herangeführt werden. Diese Absicht verstehen die Törichten nicht und lassen Krishna Bhakti beiseite und stürzen sich in Sinneslust. Also erkenne selbst O Goswami und bedenke das Für und Wider. Es gibt keine Gabe, die wert ist, Gabe genannt zu werden, außer die Krishna Bhakti. Als unterweisung gebender Guru steht Bhagavan selbst vor dem Sannyasi und spricht von Bhakti-Yoga unter Berufung auf die Veden. Und was Chaitanya sagt, ist wahr. Doch die Sünder nehmen es nicht an und der Sannyasi lacht und denkt, oh, jetzt verstehe ich es. Dieser Brahmane ist verrückt geworden. Das ist die Folge der Beschäftigung mit dem Mantra, in Klammer des Gottesnamens. Oder hat es ihm am Ende dieser Sannyasi da, in Klammer Nityananda, eingegeben und dem Brahmanen den Sinn verdreht? Und er sagt, ach, was ist das für eine Zeit? Vor diesem Knabe da bin ich ein Unwissender. Ich bin über die ganze Erde, in Klammer Indien, gewandert. Alle heiligen Städten habe ich besucht. Und ich weiß nicht, was gut und schlecht ist und muss mich von diesem Knaben belehren lassen. Da lacht Nityananda und sagt, höre, Goswami, wirklich, es ist nicht gut, wenn du dich mit einem Knaben in ein Wortgefecht einlässt. Ich weiß so gut, was für ein großer Mann du bist. Sei nicht böse und vergib alles. Da freut sich der Sannyasi. War er doch jetzt gelobt worden. Und er eilt schnell, um ihnen etwas zu essen zu bringen. Nityananda sagt, wir haben etwas Wichtiges zu erledigen. Gib uns etwas zu essen mit. Wir werden dann baden und auf dem Wiege essen. Doch um einen harten Sünder zu retten, blieben beide da, badeten in der Ganga, wurden frei von der Ermüdung des Weges und aßen, während der Sannyasi zuschaute. Er gehörte zu den Vamapathi-Sannyasis. Fußnote 419 Sannyasis des linken Weges, des Shakta-Tantra, Angehörige einer Sekte, die Wein, Weib, Fleisch, Fisch und Geld lieben und sich einbilden, durch deren Pflege mit Gott eins zu werden. Und er macht allerlei Andeutungen zu Nityananda. Oh, Schreibhard, willst du etwas anander? Dies bedeutet hier Schnaps. Einen Gast wie dich kann ich ja gar nicht wiederbekommen. Nityananda war weit in anderen Ländern umhergereist und wusste, dass er ein Trinker Sannyasi ist. Und als er ihn wiederholt aufforderte, sagte Nityananda zu ihm, es ist Zeit zum Aufbruch. Die Frau des Sannyasi hatte beide gesehen, die so herrlich von Gestalt waren und starrte sie an. Fußnote 420 Wie eine eindringliche Mahnung vor der Gefahr von Erwartung in der Zukunft, wirkt Chaitanyas überaus harte Bestrafung des von ihm geliebten Jünger Chauta Haridasa, der als Sannyasi Reis von einer Frau erbettelt hatte. Die Frau des Sannyasi hatte beide gesehen, die so herrlich von Gestalt waren und starrte sie an und sagte zu dem Sannyasi, warum musst du beim Essen eine Störung verursachen? Da fragte Chaitanya den Nityananda. Was meint der Sannyasi? Er bietet Schnaps an. Da denkt Prabhu, Vishnu, Vishnu, spült sich den Mund, wie es nach dem Essen üblich ist, und geht schnell fort. Die beiden Prabhus sind unstet ausgelassen und flink springen sie in die Ganga und erreichen schwimmend das Haus des Advaita Acharya. Der Prabhu erwies einem Trinker, der den Weibern ergeben ist, einen Gefallen und Gnade. Doch wenn einer ein lästiger Vedantist ist, dann vernichtet er ihn, schließt ihn von jeder Gnade aus. Fußnote 421 Ein lästiger Vedantist ist im Sinne der Gaudia Vaishnavas jemand, der in Anlehnung an die Deutung des Vedanta durch Shankara Acharya Gott, Bhakti und Bhaktar lästert, indem er die Ewigkeit Gottes und seine Gestalt leugnet und meint, Bhakti sei im besten Falle nur eine Hilfe für das Jana, den Weg zur Mukti. Der erwähnte Sannyasi war ein Trinker, pflegte Umgang mit Frauen und doch betrat Prabhus sein Haus und sprach mit ihm, lehrte ihn Dharma, mühte sich in seinem Hause ab, nahm Essen an, und wenn sich der Sannyasi nicht in diesem Leben zum Besseren wendet, so gewiss im Folgenden. Im Hause des Trinkers badete er und aß, doch die lästernden Vedantisten bekamen ihn nicht einmal zu sehen. Fußnote 422 Das, was Gott selbst in den Shastras über sich aussagt, zu leugnen, ist ein viel schwereres Vergehen als eine Verletzung ethischer Gesetze. Er und Nityananda schwammen in göttlichem Glück, Ananda, in den Fluten der Ganga und Mahabrabhu brüllt vor sich hin. Ich bin er, ich bin er! Der Nader, in Glamadvita, unterbrach meine Ruhe und brachte mich her. Und jetzt wagt er, Jhana zu verkünden und die Bhakti zu verbergen. Ich werde ihm die rechte Züchtigung zuteil werden lassen. Du, Nityananda, wirst es mit deinen Augen sehen. Heute schaue zu, Advaita, wie du deinen Kyan-Yoga aufrecht erhältst. Er donnert und droht, treibt in den Ganga Fluten und Nityananda schweigt und lacht in sich hinein. Aufgrund seines Bhakti-Yoga wusste Advaita, dass heute sein großer Tag sei und er den Erfolg seines Tuns einheimsen werde. Advaita wusste, dass sein Herr voll Zorn kommt und mit noch stärkerer Begeisterung verkündet er den Jan-Yan-Yoga. Wer vermag, die Lila des Chaitanya-Bhakthas zu ergründen? Inzwischen waren Nityananda und Prabhu angekommen, stiegen ans Ufer und er sieht und hört, wie Advaita, sozusagen triumphierend, voller Freude in Jhana sich vergnügt. Prabhus Anlitz ist voller Zorn. Haridasa wirft sich ehrfürchtig vor ihn nieder und auch Ajuta, der Sohn des Advaita, grüßt ehrfürchtig. Die Frau des Advaita grüßt im Geiste ehrerbietig. In Klammer, sie ist im Inneren des Hauses. Doch als sie Prabhus Gestalt sieht, wird sie sehr nachdenklich. Wie Schwambara leuchtet wie der blendende Glanz von Millionen Sonnen. Alle, die ihn sehen, werden von Furcht erfasst. Zornig fragt er den Advaita. Hey, Nada, was von beiden ist größer, Jhana oder Bhakti? Und Advaita sagt, immer dark Jhana. Für den, der keinen Jhana hat, ist Bhakti nutzlos. Fußnote 423. Die Gaudiya Vaishnavas sind überzeugt, dass die Jhanis gemäß den Shastras fähig sind, die Wirklichkeit der statischen Identität des weiselosen Brahman mit dem individuellen Atmer zu erfassen. Diese Bhaktas aber ziehen die in den Shastras beschriebene und dem Maya-Denken widerspruchsvoll erscheinende dynamische Wirklichkeit der Gottheit, die Volldramatik und Bewegung ist, dem statischen Aspekt der Gottheit vor. Denn der Letztere ist im Sinne vieler Aussagen der Shastras nur ein Teilaspekt der göttlichen Fülle. Als Sajinandana hörte, Jhana höher stehe als Bhakti, vergaß er in Zorn die Umwelt, zerrte Advaita von der Veranda, wo er saß, in den Hof, warf ihn der Länge nach auf den Boden und fing an, ihn regelrecht zu verprügeln. Die Frau des Advaita, eine ewige Shakti-Baghwans, wusste alles und doch wurde sie besorgt und rief. Ein alter Brahmane, ein alter Brahmane, sein Leben, sein Leben, warum behandelst du ihn so respektlos? Er ist ein alter Brahmane, wenn er unter deinen Schlägen stirbt, werden die Folgen schrecklich sein. Da lacht Nityananda, Haridas aber denkt in Furcht, Krishna, Krishna. Doch Brabu in seinem Zorn kümmert sich nicht um die Worte von Advaitas Frau. Er droht und brüllt fürchterlich und sagt, Da ruhte ich friedlich im Milchozean. Du Nityananda wecktest mich auf, damit ich tue, was du wolltest. Um der Offenbarung der Bhakti willen, hast du mich hierher gebracht. Und nun unterschlägst du die Bhakti und verkündest Jhana, wenn es deine Absicht ist, Bhakti zu verbergen, wo bleibt denn der Sinn, dass ich mich in der Welt offenbare? Ich tue immer und nichts anderes als das, was du willst. Musst du mich immer und immer wieder zum Gespött machen. Da ließ Prabhu von Advaita ab und saß bei der Tür nieder und laut brüllend offenbarte er, wer er ist. Wer erschlug den Kamsa? Ich war es. Du weißt es selbst am besten. Nada. Brahma, Shiva, Shesha, Rama, alle dienen mir. Mein Chakra erschlug den Shrigala Vasudeva. Mein Chakra verbrannte Varanasi Benares zu Asche. Mein Pfeil tötete den Ravana. Mein Chakra schlug die vielen Arme des Bana ab. Mein Chakra erschlug den Naraka. Ich hielt den Berg Gowardhan mit meiner linken Hand hoch. Ich brachte den Parijata-Baum aus Indras Himmel herab. Ich betrug den Bali und erwies ihm Gnade. Ich erschlug den Hiranya-Kashipu und rettete den Pralada. Solcher Art offenbarte Prabhu seine unerhörte Allmacht und Majestät. Advaita hörte das und trieb im Ozean von Prima, denn er war recht bestraft worden. Und ganz und gar in höchstem Ananda schlug er den Takt mit den Händen. So wie mein Wesen vergeht, so ist die Strafe. Gut ist's gegangen. Mit wenig bin ich davon gekommen. Nun hast du dich als mein Herr aufführen müssen und meinem Fehler entsprechend hast du mich bestraft. Und damit wird der Prabhu größer im Herzen seines Dieners und im Glück tanzt Advaita im Hof umher und dann sagt er mit zusammengezogenen Augenbrauen Wo ist der große Lobpreis hingekommen den du mir sonst solltest und wo ist all dein Trickspielen hingeraten mein Name ist Advaita der Unvergleichliche ich bin ich bin dein lauterer Diener und von Geburt liegt meine Hoffnung darin das essen zu dürfen was von dem dir gebrachten Opfer übrig bleibt doch nun hast du mich bestraft und nun gib mir die Kühle der Lotuse deiner Füße und Advaita fällt voll Bhakti mit seinem Haupt zu Brausfüßen nieder und in eiliger Verwirrung nimmt Vishwambara den Advaita in seine Arme und weint als Nityananda Advaitas Bhakti sah weinte er als ob Ströme aus seinen Augen flößen und Haridas fällt zur Erde nieder und weint und Advaitas Frau und alle Diener weinen es weint Adyutananda Advaitas Sohn und das ganze Haus Advaitas wurde ganz erfüllt von Krishna Prema Er der eben zuvor den Advaita verprügelt hatte schämt sich und gibt den Advaita eine große Gabe Wer auch nur einen Augenblick lang bei dir Zuflucht nimmt und wenn er auch hunderte vergehen gegen mich beginge so will ich ihm Gnade schenken Sei er eine Fliege ein Wurm ein Säugetier oder ein Vogel und Advaita erfasst Brausfüße und sagt Was du sagst muss wahr sein Doch vernimm mein festes Versprechen Wer die Lotuse deiner Füße nicht liebt der kann nie einer der meinen sein Wer dich liebend verehrt der ist mein Leben Ich werde nie ertragen dass sich jemand über dich hinweg setzt mag er mein eigener Sohn sein mein Diener Ich werde sie nicht kennen Wenn einer einen der Devas verehrt und dich beiseite lässt dann wird ihn eben dieser Deva unter irgendeinem Vorwand vernichten Das sind nicht bloß meine Worte sondern die Worte der Weden Denn du bist der Grund aller Devas Gott der Herr aller Was sichtbar ist und unsichtbar ist alles ist dein Knecht Ohne den Herrn zu verehren und nur dem Diener dienen wollen eben diese Puja eben diese Puja bringt es mit sich dass der Diener ihn umbringt Wer ohne dich zu verehren Puja für Mahadeva Shiva und so weiter tut der schlägt die Wurzel des Baumes ab und er tut bloß Puja den Sprossen des Baumes den er abschlug denn du bist die Wurzel der Weden der Brahmanen der Opfer und des Dharma Fußnote 424 Advaita spricht von sich selbst denn er ist Mahadeva in Klammer Shiva Sajinandana hat dem zugehört was Advaita sagte doch jetzt brüllt er Humkara und sagte höre wohl meine Worte der Wahrheit wenn einer ein solch erbärmlicher Wicht ist dass er mich verehrt und meinen Diener übergeht der zerstückelt mich selbst und dessen Puja ist wie Feuer das meinen Leib versenkt du Advaita bist mir lieber als mein eigener Leib und es ist unerträglich für mich wenn jemand an dir vorbeigeht wenn ein Sanyasi die Bhaktas lästert dann stürzt er in die Tiefe und alle seine guten Eigenschaften verschwinden und mit hochgehobenen Armen ruft Vishwambara seid nicht lästerer und nehmt den Namen Krishnas wer ohne ein lästerer zu sein auch nur einmal Krishna sagt den wahrlich will ich erretten die Bhaktas jubeln alles übertrifft er Advaita weint und umfasst seine Füße und Prabhu weint und nimmt Advaita in seinen Schoß diese Geschichte ist unfassbar denn Advaitas Worte sind schwer zu verstehen es ist kein Unterschied zwischen dem allmächtigen Gott und Advaita ebenso wie Nityanandas und Advaitas Wort Gefechte und Schelten demjenigen höchstes Glück geben der sie versteht so auch hier die Worte und Taten Vishnus und der Vaischnavas sind unergründlich wenn sie einen begnaden dann mag man ihren Sinn verstehen als Vishwambara wieder Bewusstsein der Außenwelt hatte in Klammer das heißt wieder im Bewusstsein eines Bhakta und nicht Gottes des Herrn war da lachte er und fragte den Advaita hat das Kind sich etwa wieder ein wenig ausgelassen und unsteht aufgeführt Advaita sagt nein nichts unartiges Prabhu oh Nityananda falls ich unsteht ausgelassen war wirst du mir verzeihen Nityananda und Chaitanya und Advaita und Haridasa schauen einander an und lachen laut und dann sagt Mahabrabhu Vishwambara zu Advaitas Frau sie solle schnell kochen und das Mahl dem Krishna als Opfer darbringen da sie alle essen wollen und sie alle gehen zur Ganga um zu baden dann kommen sie zurück Vishwambara fällt zu Füßen der Bildgestalt Krishnas in dem Raum von Advaitas Haus wo sich der Schrein Krishnas befindet Advaita fällt zu Vishwambaras Füßen nieder Haridas zu Advaitas Füßen Da lacht Nithinanda als dieses unerhörte Bild erblickt sieht es doch so aus als ob die drei Gestalten eine Dharma Brücke offenbaren in Klammer einen Damm der die Fluten des Meeres der Wandelwelt zurückhält als Prabhu sieht dass Advaita der Herr zu seinen Füßen liegt ruft er schnell Vishnu Vishnu er ergreift Advaitas Hand und sitzt mit ihm und Nithinanda zum Essen nieder wie Schwambara Nithinanda Advaita sitzen zusammen alle drei in besonderem Versunkensein in sich selbst vor allem schwelgt Nithinanda wie der Gans im Raser des ausgelassenen Knaben an der Türe sitzt Haridas und ist dort er hat das Vermögen alle Offenbarwerdungen zu schauen Advaitas Frau die Yogameisterin trägt die Speisen aus der Küche ins Haus im Geiste denkt sie Hari Hari und alle drei göttlichen Herren essen Nithinanda schaut den Advaita an und lacht in der Krishna Lila ist das eine absolute in zwei Teilen in Klammer das heißt Advaita und Nithinanda sind nicht geschieden Das Essen ist dem Ende nahe Da spricht Nithinanda auf Wie ein unartiger Knabe wirft er den Reis im ganzen Zimmer ausgelassen umher Fußnote 425 Er begeht eine Verletzung der Regeln denn bereits berührtes Essen gilt in Indien als höchst unrein Chaitanya sagt Oh weh Haridas lacht Advaita in hellem Zorn spricht Nithinandas Wesen aus Dieser Nithinanda ruiniert einem gänzlich die Kaste Da bin ich in die Gesellschaft eines Trinkers geraten Hat keinen Guru Nennt sich Sanyasi Wo er geboren ist An welchem Ort Nichts ist bekannt Selbst seine Kaste ist nicht bekannt Und er läuft schwankend umher wie ein trunkener Elefant Im Westen Indiens hat er Reis gegessen wo er gerade hinkam Und hier ist er mit den Brahmanen Dieser Nithinanda Trinker ruiniert alle Es ist so Es ist so Haridas Und in seinem Wutanfall verlor Advaita sein Gewand und nackt und in die Hände klatschend tanzte er und lacht drönend Und Gora lacht über Advaitas Benehmen und lachend zeigt Nithinanda zwei Finger in Klammer Nithinanda und Advaita das eine absolute in zwei teilen Der Zornanfall Advaitas ist lauter und so komisch dass die alten und die jungen alle lachen Als Advaita wieder bei sich war wuschen sie sich Mund und Hände voll Glück umarmten sie einander in Prima Rasa spielend Advaita und Nithinanda die zwei Prabhus Die beiden sind wie die zwei Arme von Mahabubus Gestalt Immer ist Priti in Klammer Prima zwischen den beiden Nie Mangel an Priti Beider Streit und Miteinander Schelten Es ist Krishnas Lila Fast wie das Spielen von Kindern ist das Spiel von Vishnu und Vaishnavas Ich weiß nicht die chronologische Folge aller dieser Lilas Ich besinge Krishnas Größe so wie Lilas mir aufleuchten Ich grüße in Erfurcht diejenigen die dem Chaitanya lieb sind und bitte sie mir meine Vergehen zu vergeben Fusnode 426 Der Autor verspricht keinen Bericht in chronologischer Reihenfolge Denn er und die Bhaktas wissen dass Prabhus Lila nicht zeitgebunden ist Nicht hört eine Lila auf und eine andere fängt an Sondern wie der Autor oft betont jede einzelne von diesen Lilas ist ewig und kann jederzeit gesehen werden wenn der Atmer der selber nicht zeitgebunden ist die Kraft der höchsten Bhakti besitzt Einige Tage bleibt Prabhu in Shantipura in Advaitas Haus Dann kehrt Prabhu mit Advaita Nityananda und Haridasa nach Navadvipa zurück Alle Bhaktas eilen herbei und rufen Der Herr ist gekommen Die Qual der Trennung ist vorbei Weinend ergreifen sie die Füße Mahabhabu Gaurajandras der ihr aller Leben ist Und Prabhu umarmt sie alle in Prema Sie alle sind so wie seine eigene Gestalt Sein Erkenntnis Glück Sat Chit Ananda